Herzlich Willkommen zu diesem neuen Video und herzlich Willkommen hier im Kanal Was zählt? Mein Name ist David Polte, ich bin Fokus- und Führungskräftetrainer und in diesem Kanal geht es immer darum, um die Frage, wie können wir mehr von dem, was zählt, wirklich in unser Leben holen und uns auf das fokussieren. In meinem Fall ist das meine Familie und deswegen gibt es auch viele Videos zum Thema Familie. Heute gibt es ein Video zum Thema The 7 Habits of Highly Effective People von Stephen R. Covey und auf Deutsch heißt das Buch, glaube ich, Die 7 Wege zur Effektivität und ich habe mich gefragt, welches Buch kann ich mal hier im Kanal vorstellen, welche Bücher und dies ist ein Buch, auch wenn es ziemlich dick ist und man dem Autor unterstellen könnte, er hätte ja nicht nur das aufgeschrieben, was zählt, sondern auch noch etwas mehr, so ist dieses Buch einfach eine Ansammlung von grundsätzlichen Strategien, von grundsätzlichen Prinzipien, wie er das nennt, eines erfolgreichen, glücklichen Lebens. Das heißt, wenn man hier einerseits das als Businessbuch kennt und es auch ein absoluter Bestseller, so in der Managementliteratur ist, so hat es doch auch ganz, ganz viel Bezug zum Privatleben und der Stephen Covey macht es so, dass er in jedem Kapitel sowohl Businessbeispiele bringt als auch Beispiele aus dem Familienleben oder aus dem Privatleben. Und dadurch ist es auch, wenn man nicht in der Businesswelt zu Hause ist, enorm hilfreich zu lesen. Und was steht drin? Nur ganz kurz möchte ich es zusammenfassen, weil an sich ist es ein Lebens- und Arbeitsbuch. Also ich habe es, glaube ich, das erste Mal aufgeschlagen, 2014 in der Väter-GGmbH und gefühlt sofort wieder zugemacht auf Deutsch. Und irgendwann habe ich es mal als Hörbuch gehört und habe schon gedacht, hui, das ist ein Programm. Und dann habe ich es jetzt nochmal gelesen und es ist einfach bahndrechend, was da drin steht. Er baut es so auf, dass er sagt, es gibt innere, inner victories, also innere Erfolge, innere Siege und Siege oder Erfolge in der Außenwelt. Und die in dem Innen drin sind sowas wie Selbstführung oder dass man das, was man will, also Ziele oder Zielzustände schon mal im Geiste erschafft und dass man eben die wichtigen Dinge zuerst macht. Und dann geht er nochmal ins Außen und da geht es dann um Sachen wie Zusammenarbeit, Zuhören, also interpersonelle, zwischenmenschliche Zusammenarbeit. Weil wie will man Großes in der Welt erreichen oder auch einfach ein glückliches Leben führen, wenn man nicht gut mit anderen Menschen zusammen sein kann. Und in diesen Themen führt ein, der Stephen A. Covey, ein Management, Denkhaber, auch ein, einfach ein weiser Mensch durch diese Bereiche. Und ich kann es nur jedem empfehlen, damit zu arbeiten, wenn es einem gefällt. Ich werde auch noch ein paar andere Bücher auf dem Kanal vorstellen. Und heute war es dies. Auf jeden Fall ist der Inhalt weit, weit, weit überdurchschnittlich wertvoll und zeitlos. Das heißt, das kann man heute lesen. Es ist schon 20, vielleicht 25 Jahre alt. Man liest es und man kann es verwenden und man wird es auch in 30 Jahren noch gleichermaßen verwenden können. Das wird nicht veralten. Weil es auch im alten Rom schon genauso war. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Abonnier gerne den Kanal. Dann erfährst du von weiteren tollen Büchern und kriegst sehr viel andere Inhalte noch, wie du in deinem Leben aufs Wesentliche fokussiert bleiben kannst. Vielen Dank!